Ein ZDF-Journalist hat in Katar den WM-Botschafter von Katar zum Thema Homosexualität befragt. Vielleicht erinnern sich einige. Und dieser Botschafter des Landes Katar, wo die Scharia gilt, erdreistet sich zu sagen, Homosexualität ist für uns Muslime Sünde, deswegen müssen sich hier in Doha Homosexuelle an unsere Regeln halten. Riesentullus in Deutschland, weil das nicht liberal genug war. Ey, was hat das ZDF denn von diesem Gesprächspartner erwartet? Ein hochrangiger Botschafter sitzt in typischer Wüstenkluft vorm Mikrofon und wird zum Thema Homosexualität befragt. Glaubt, das ZDF wirklich der Mann könne sagen, Yes, Katar is hotspot for homosexuals from all over the world. We are looking forward to our very first Christopher Street Day here in Doha. Each of the new stadiums has a huge buttf***ing room. You see, LGBTQ is very important here in Katar, especially for me as a woman. Wow.